Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Star Trek 25th Anniversary. Mein Name ist Selma und das letzte Mal hatten wir die vorletzte Mission beendet, sind jetzt in der siebten Mission und sind hier auf einem Raumschiff der Föderation gelandet, was zusammengeschossen wurde und laut Computeraufzeichnung wurde es von der Enterprise zusammengeschossen. So, wir wissen, dass es zwei Überlebende gibt, eigentlich nur ein Lebenszeichen irgendwie im Sickbay und ein hier, ein schwaches Lebenszeichen hier. Ich vermute mal, dass die Kollegen hier denen nicht zu helfen ist. Okay, dann war das bestimmt das schwache Lebenszeichen, was wir auf der Enterprise noch gesehen, auf dem Scanner gesehen, auf dem Scanner, ja, auf dem Scanner gesehen haben. Okay. Kann man hier irgendwie noch was machen? Hier? Ja, und hier kommt Kommunikation oder hier Wissenschaft? Okay, können wir hier rausgehen, zum Turbuluf-Krankenstation? Ja. Ja. Bööö. Ah, okay, das ist ja interessant. Accessible, inaccessible, inaccessible. Ähm, was? Transporterraum. Gelb ist accessible. Torpedokammer, kann ich hier einfach hinfahren? Turbuluf-Krankenhaus, ist bloß bei einem extrem hohen Radiation-Level. Ah ja, okay. Der Turbuluf kann nicht in die Bereich des Schiffen erreichen. Okay. Ist das hier? Ein weiterer Kruppmann der Republik, deren Leben nicht verabschiedet wurde. Aber... Moment. Nicht, dass der uns jetzt verreckt. Wo bin ich denn hier? Zusatzsteuerungssystem? Nee, da wollte ich nicht hin. Lazarett, da wollte ich hin. Okay. Äh, kurz umschauen. Okay, das führt zur Krankenstation. Dann gehen wir hier mal hin. Okay. Offensichtlich bewegt sich da noch jemand. War das Grafisch echt schön gemacht? Fällt mir gut. Ah. Nein. So, so, so. Oh, I can't believe it. That's Brittany Morata. I knew her from my academy days. We studied alien history together. Okay. Okay. So, so. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Okay. Kann man dem auch noch helfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Okay. Gucken wir mal auf, was Power re-establishen kann. Hm, Maschinenraum? Okay. Okay. Ist das ein anderes Lazarett? Ne. Wir haben extra diesen Raum hier gemacht. Theoretisch hätte man es ja auch einfach da reingehen lassen. Also direkt in den... Ah. Okay. Okay. War ein Versuch wert. Okay, kann man so nicht wegräumen. Ähm, ja. Hm. Komisch. Gut. Gehen wir nochmal in dieses Energiedingens. Da, Zusatzsteuerung. Sonst kommen wir ja nirgendwo hin. Okay, der Kollege ist tot. Was ist das denn hier? Ich dachte schon, das wäre irgendeine Waffe. Können wir die mitnehmen? Werkzeug ist immer gut. Okay. The vent is far too small for anyone of us to fit through. It is also blocked point three meters inside the duct. This is the maintenance panel for the auxiliary control room door. Irgendwie macht mich das Kabel nervös. Hm. Sonst noch was hier? Ich bin eben erst in den Maschinenraum gegangen, weil ich dachte nachher stirbt der wieder und wir kriegen schlecht... Schlechte Bewertung. Schlechtere Bewertung. The panel has been fastened shut with some kind of sealant. Okay. Wurde versiegelt. Tricorder indicates that the panel is currently sealed by Federation standard molecular bonding cement. Nochmal mit Zement. Tricorder indicates that the panel is currently sealed by Federation standard molecular bonding cement. Warum? The readings of the door indicate a jam in the gear mechanism. The vent is far too small for us. Okay. Was haben wir noch? Brücke? Da kommen wir hin. Und hier kommen wir überall nicht hin, ne? Das ist nicht wirklich schön. Ja. Dann haben wir noch was auf Brücke. Dann gerne. Und hier kommen wir bloß ins Wereld. Die Verbindung von Wliv sind noch allein gegen den Schaus. Ja, muss ich gerade mal einen Blick in die Komplettlösung werfen. Ich habe jetzt auch keine Lust hier rumzustolpern. Gerät auf Beistellwagen und vielleicht die Krankenstation. Das haben wir ja auch nicht gemacht. Molekülsäge haben wir. Pferd zur Brücke. Aha, den linken Träger trennt man mit der Säge ab. Klar, wäre ich jetzt sofort drauf gekommen. Warum sollte ich das tun? Ich habe eine Vermutung, die Tür aufzulegen. Es ist ein bisschen schwer, aber du managst es. Ja, natürlich. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier die Tür aufkriegen. Ach, die von dem, ja. Schade. So war es dann nicht. Gehen wir nochmal zum Sickbay und nehmen die Geräte mit. Ich hatte schon eben so das Gefühl, da muss ich irgendwas finden. Das stimmt. Es löchert da irgendwie so. Also eben war er leer und jetzt ist er gefüllt mit Öl? Okay. Okay. Ich habe nochmal kurz in die Komplettlösung geguckt. Da wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen. Ich benutze ihn, um die Decke abzustützen. Jetzt kann ich nämlich hier das Wegphasern. Okay, hätte man, ja. Da wäre ich durch meine eigene Dummheit nicht drauf gekommen. Den Tipp gab es ja. So, kann ich jetzt hier hin? Porterraum. Torpedo-Kammer. Maschinenraum. Wir wollen hier Energie wiederherstellen. Gut, das sagt mir, wir speichern mal schnell. Okay, was ist das? Okay, ein Schmähbrand. Ich muss mal dem helfen können, aber ja, alle tot, okay. So, hier noch, das ist das. Ja, hatten wir schon. Wieder, hm, okay. Tür geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Oh, doch. Okay, jetzt sind wir im Maschinenraum. Maschinenraum. Was ist das hier? Das ist eine Junktionbox benutzt für temporäre rerouting von Engineering Circuits. Mhm. Das sind die Kontrollen für die Republik's Impulse-Engine. Das ist der Fusion-Mix-Regulator für die Republik's Impulse-Engine. Das ist der Fusion-Mix-Regulator für die Republik. Mhm. Das sind die Impulse-Engine für die Republik. Okay, das hilft mir so nicht weiter. Das ist ein Engineering-Circuit-Junction-Box. Es ist für temporäre rerouting von Power. Without using one of these devices set to the proper impedance, ein Overload kann occur. Captain, this is a Fusion-Mix-Regulator for the Impulse-Engines. There is currently no power running to it. Nothing to report, Captain. Nothing to report. Das ist ein Standard Storage The closet opens, revealing a library of engineering technical journals. Okay, let's test. This is a canister of high-grade multipurpose oil, very useful for lubricating machinery. This is a library of engineering technical journals. These journals may prove useful in our attempt to reestablish power. A functioning computer terminal will allow us to examine them. Verstanden. This is an empty hypodermic injector. The hypo is now filled with multipurpose oil. Ist er wahrscheinlich nicht, sondern ich sollte ihn damit füllen, nur das ist ein Bug. Kann das sein? The hypo is now filled with multipurpose oil. Ja, vermutlich, weil das würde ja sonst gar keinen Sinn machen. Okay, das hier passiert. Nothing happens. This is much too heavy to lift. Okay. Ah, hier liegt ja noch einer. Ah, der Schuldigkeit wenigstens, kenne ich den jetzt nochmal. This person is dead, Jim. Vielleicht braucht er nur etwas Hypo-Spray-Oil. Nothing happens. Aber nicht. Kann ich das mitnehmen? The hypo is already filled with oil. Okay. Nothing happens. Kann man Feuer ausphasern? Captain, it would be unwise to use your phaser, considering the already extensive damage sustained by the Republic. Ha! Ging das Feuer nicht? Ging die Trümmer schon. Oh mein Gott, Jim. Is that what I think it is? Weiß ich nicht. Ja, Doktor. It is a portable fusion power pack. A few centimeters lower with that phaser and half the section would be history. Not dimension us. Actually, Doktor, 3.2 centimeters. And based on our proximity to the explosion and the angle of the beam. Thank you, Spark. Ich hätte wahrscheinlich vorher mal scannen sollen. Anstatt einfach auszuprobieren. Aber kann ja keine Ahnung. Ahnen, dass da so ein Ding drunter ist. Jetzt noch irgendwas machen? Da komme ich offensichtlich nie rein. Hm. Also das Fusion Power Pack. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, das muss man irgendwie im Maschinenraum anschließen. Hier dran. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Geduld, Selma. Geduld. Hm. Okay. Das ist es nicht. Gehen wir hier mal raus. Und ich... In der Zeit haben wir schon... Torpedokammer, Transporter auf. Wir haben noch zwei weitere Räume, die wir erkunden können. Ich würde sagen, die schauen wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.